A-Team So Jo Wie war dein Tag? Gut, schlecht Achso, ja, erstmal auf den Knopf drücken Na komm Sieht doch einladend aus, ey Ist doch ein ganz normaler Fahrstuhl Ganz normal Warte, mich juckt's, mich juckt's A-O-A-I-A-A-A-A-A-M U-A-A-M-M A-O Das war so schlimm Das war voll schlimmes Erlebnis Huch Wird ich ja auch nicht Hallo? Warum schmeiß ich die jetzt weg? Bin ich dumm? Ach, da geht nicht Die hab ich auch schon nett vorhin weggeschmissen Ach, ne Komm schon, bitte Hä? Da ist er doch Oh, ich wollt's schon sagen Schmeiß doch keine Waffen weg, ey Keine komische Ganz komische Trophäe Leider Oh mein Ach, tut weh Ähm Teilprogramm Scheiße, ist halt nicht mehr runter Jetzt scrollt, tut mir leid Für die Für die, die das wirklich lesen wollten Tut mir echt leid Uh Und der rennt weg Warum rennen die alle immer weg? Leider nutze ich das nicht so oft Leider Und ich kann's so tausendmal wiederholen Sorry, dass ich manchmal echt so leise bin Es ist einfach nur das Blind Mann Warum muss ich das auch immer wieder sagen? Ich muss es echt immer wieder erwähnen Ich will's eigentlich gar nicht erwähnen Weil ihr's wahrscheinlich schon wisst Aber für die, die noch nicht eingeschalten haben Sage jetzt einfach mal so Die wissen, dass er halt nicht Und Oh, nicht schon wieder Bitte nicht Die wissen, dass er halt nicht Dass es blind ist Na doch, eigentlich schon Müssen wir den Titel lesen So ist es ja nicht Wupp Genug Reflexe habe ich da hoch Ich hab eine gute Deckung Ich weiß Extrem gute Deckung Hab man voll gesehen Ich dachte, ne drehende Waffe Ey Ich hab bisher erst Nur, nur zwei Drehende Waffen ihr habt Das muss mehr sehen Ich will wenigstens bis zum Schluss Ne, ne, ne Bis zum Schluss will ich Doch, 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 komm Ne, doch nicht Ne, ne Bis zum Schluss will ich wenigstens Fünf Drehende Waffen sehen In diesem Spiel Sonst bin ich von dem Spiel echt enttäuscht Und das ist ja nicht witzig Fahrstuhl Ding Ich Mann, ich vermisse diese Fahrstuhlmusik Die einmal im 4.1 war Oh, das war geil Der ist zu sauber Viel zu sauber Sag ich doch Viel zu sauber Ja, dramatisch Ach, von da bin ich ja gekommen Stimmt ja Oh, kaputte Lampen Ja Sag mir ja oder nein Dann lasse ich dich nämlich auch in Ruhe Und du drückst mich Ich drücke den Ich hab den vorhin voll umarmt Und jetzt ist er dabei und verbrannt So wie die, die zu Asche geworden sind Die Musik Da, 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 da Da, 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 da Oh, oh, oh Ach du Kerke Was war das? Trotz wie der Mannschaft der Doktor blablabla verliebt nun an die meisten Anmachungen auf dem Schuhländer, naja Kinder und Eltern werden sich irgendwann gegen Fragen stellen Wenn sie den Sportlehrer in der Laborkette sehen, er sollte sofort Disziplinmaßnahmen Nee, doch Disziplinmaßnahmen eingeleitet werden Na verdammt, bitte nicht Sehr geehrter Herr, Rektor Saunders Du Scheiße 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 Nein Das war so ein Vieh, oder was? Wo ist er? Das ist er Fettet Vieh, Alter Darf's nicht leben Ich camp mal hier ein bisschen Ja, ich muss hier campen, ich geh da nicht rein zu denen Jetzt ist er tot, ey, Gott sei Dank Nein Natürlich ist er nicht tot Das ist ja wieder rein, Yang, oder? Der muss doch mal irgendwie Bitte nicht in meiner Nähe explodieren Wird den Indie nämlich da irgendwo anbringen Bing Mann, ich will nicht weiter gehen, solange der da ist Ich geh so lange hier rein Oh, 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 Don, keine gute Idee Oh, fuck Der ist tot So ein Ficker Der Mühel ist erschrocken Bing Nein, ich sing das lieber nicht, das Lied Das Lied ist schlimm und grausam und geil Verdammt Das war schon ganz schön Aber nicht so doll, wenn man das irgendwie erwartet hat Hochveräugnisse Nein, ich nehm die Ich geh grad wieder zurück Ja, irgendwie schon Ach, stimmt, ich hab die Karte auch wieder mit Ah, 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 ah Ah, wo war die Tür nochmal? Äh Ja, das ist die Frage natürlich Das ist die große Frage Wo war die Tür? Ich weiß, das nehme ich grad gar nicht Hier war die Karte Hä? Ne, hier war ich ja nicht Irgendwo hier war doch so ne scheiß Tür Ja, brenn doch Ist mir doch hier So ne Tür Tür ist wichtiger als Brennen Achso, die war unten wahrscheinlich dann Hä? Defekt Perfekt Das Schlimme ist, ich kann auch nicht mal hier raus Toll, ich bin gefangen Licht ist an Hey War das grad eben auch schon an? Klasse Ich weiß grad nicht, wo lang Kann mir mal Ihnen helfen? Ich lade sich einfach mal ein bisschen durch Bis zum Gott passiert Hä? Ja Klasse Spieldestroyed Ne, ich weiß grad ja auch nicht voraus Ding Das ist natürlich sehr schlecht Sehr schlecht Sehr schlecht Sehr schlecht Dieses Problem sollte man jedoch nicht haben Oh Na Immer kommt die, ey Huch Wollte ich nicht Langsam bin ich schon ein bisschen abgehärtet von dem Game Nun wenig Ich muss mich beeilen Keegan geht's etwas besser Aber kämpfen kann er noch nicht Stokes Ende Jo Geht klar Ah Ah Ist das hier Ja Anscheinend schon Dann nehme ich einfach mal hier die Karte Und mache es einfach mal hier rein Oh Oh Lila Gitter Oh Sieht man auch nicht überall Ist cool Warte, was steht da? Blendet Ist ja mal eine geile Ausrede Mann Immer die geile Deckung, die ich hab, ey Herrlich Lauf nicht überall hin Du werdet cool sein willst Heilung Ein Ventil Dass ich nicht drehen kann Lesen Was ich nicht lesen will Klasse Yeah Yeah Ey Ey, wenn man schon so minimal Schaden kriegt Dann ist das nämlich schon, äh, irgendwie Äh, da unten links, da unten links Da ist doch meine Anzeige, meine Lebensanzeige Nein, scheiße Und die ist dann gleich rot, wenn man schon einmal nicht schossen wird Klar Hinter mir Da war ein Geist Oh, Donne Huch Sorry Irgendwas redet da Ist auch mal eine neue Tradition Zerstöre Die Fernseher Bevor da Irgendwie so Ringstyle Irgendwas rauskommt Was nur Achso, ja Ist mir egal Ich bin Personal Ich bin immer Personal Huch Wolltet ihr nicht so gerne Nehme ich heutzutage die Türen zu Einfach immer gegenschießen Huch Was hab ich getan Ach, cool Obwohl ich das ja nicht wollte Wollt mir nämlich spritzen eigentlich, aber Hilfe Achso Auszeichen freigeschätzt Abschließend Sanitätsraum Sergeant Keegan Warst du schwer verletzt, um weiterzumachen Also Genau Aha Man, dann lädt wieder die Welt Jetzt nicht mehr Ich nehm keine Diskussion darüber Geben Sie mir die Einstellungsdaten Die Daten sind nützlos Es wird nicht klappen Es muss Sehen Sie nicht, worum es geht? Schauen Sie sich doch mal da draußen rum Ihre Kraft wächst immer weiter Es wird nur schlimmer Das müssen wir riskieren Es gibt keine Wahl Es gibt eine Möglichkeit Das sage ich Ihnen noch die ganze Zeit Kino Kleben Sie mir die verdammten Einstellungen Gut, Mist Nehmen Sie 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 werden mir noch danken Dann sind Sie aber tot Ich habe Vertrauen Dass Sie dann tot sind Ja Kamera 4 Snackfest Beeilen Sie sich etwas Die arme Cam-Typen sind fast da Genevieve hat die Türen verriegelt Aber Sie schweißen Sie durch Ich komme nicht ins System Sie kann nicht helfen Suchen Sie ein Terminal Um die Blockade aufzuheben Ach du Scheiße Das Passwort lautet Ähm Snackfest Missionsidee Haben Sie sie Hallo Ich musste mich gerade ein bisschen kratzen Mann Der nimmt echt keine Rücksicht Darum mache ich jetzt auch erstmal Schluss wieder Das war geil Irgendwie Heute Wiss ich nicht Irgendwie bin ich heute ein bisschen Huch Huch Wiss ich eigentlich auch nicht Ein bisschen abgehärtet Leider Ich will nicht abgehärtet sein Man Muss mehr sowas spielen Ja Aber es war ja recht lustig eigentlich heute Könnte öfters sein Oh ich hasse Grundschulen ey Naja Hat mir jedenfalls Spaß gemacht und Bis zum nächsten Mal bei 4.2 Da natürlich warte ich hier auch Gut Ciao